Hi Leute, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach in WordPress Split-Tests durchführen könnt. Okay, für diejenigen von euch, die nicht wissen, was Split-Tests sind oder auch A-B-Split-Testing genannt, möchte ich das kurz an meiner Blog-Webseite verdeutlichen. Also unter jonaschindler.de findest du meinen persönlichen Blog und ganz oben als allererstes Element biete ich zum Beispiel ein E-Book an, zum Download. Jeder, der hier seine E-Mail-Adresse einträgt und dann hier natürlich auf den Button klickt, der bekommt automatisch dieses E-Book per E-Mail zugesandt und hier auf der rechten Seite habe ich ein bisschen Text und natürlich gibt es einen Text auf diesem Button selbst. So, und ich weiß natürlich, dass sich hier regelmäßig um die 10, 20 Leute pro Tag eintragen, aber ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist und ich möchte natürlich insgesamt versuchen, diese Zahl zu optimieren und dafür sorgen, dass sich so viele wie möglich Leute hier eintragen. Also ich würde, anstatt hier einfach Sachen zu ändern und über einen gewissen Zeitraum zu testen, ob das dann besser läuft oder nicht, da laufe ich ja Gefahr, dass sozusagen meine ursprüngliche funktionierende Version abhanden kommt oder sozusagen gar nicht mehr ausgespielt wird, kann ich sogenannte Split-Tests durchführen. Das bedeutet, ich erstelle eine Kopie dieser Seite, identisch das, identisch exakt diese Startseite und ändere ein oder, ja genau, ein Element oder wenige Elemente. Zum Beispiel könnte ich mich hier nur auf den Text oder die Farbe des Buttons konzentrieren und anstatt los geht's, hier geht's los oder sowas schreiben. Ja, oder ich könnte sagen, jetzt möchte ich das E-Book haben oder keine Ahnung. Also ich könnte hier mit verschiedenen Varianten testen natürlich und anstatt hier 100 neue Kunden in 100 Tagen durch Online-Marketing könnte ich schreiben, das E-Book für den Start oder genau, dieses E-Book macht dich absolut erfolgreich. Ja, also wirklich ein natürliches Versprechen hier, einfach mal testen. Und dann würde ich natürlich, genau, dann würde ich diese zwei Varianten gegeneinander antreten lassen und jeder Besucher, der dann ab diesem Zeitpunkt die Website betritt, sieht entweder die eine Version oder die andere. Und ich kann einstellen natürlich, wie oft eine bestimmte Version ausgespielt werden soll. Ich kann auch sagen, dass jede sozusagen 50% ausgespielt werden soll, dass zur Hälfte die eine Variante und zur anderen Hälfte die andere Variante gezeigt werden soll. Und am Ende, ab einem gewissen Zeitraum, das ist dann ein Tag oder eine Woche, kann ich entscheiden, okay, dann kann ich sehen natürlich, dass die eine besser konvertiert hat, einfach natürlich, dass ich in meinem E-Mail-Marketing sehe, okay, mit der Variante haben sich viel mehr angemeldet und mit der anderen Variante haben sich weniger angemeldet. Und dann würde ich am Ende wissen, welche dieser Varianten stärker konvertiert. Und ich möchte euch zeigen, wie ihr das ganz einfach mit WordPress, mit einem kleinen, kostenlosen Plugin machen könnt. Das Plugin, was ich getestet habe und was ich, was natürlich insgesamt ziemlich einfach ist, ist das Plugin Simple Page Tester. Der Name sagt schon, dass es sehr, sehr einfach ist, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Ich habe es hier schon installiert und alles, was wir jetzt machen müssen, ist zwei Seiten erstellen. Beziehungsweise wir erstellen als allererstes mal die Original-Seite. Hier könnte ich jetzt noch sagen, das ist die Original-Seite, ja, so dass wir das zuordnen können, falls wir uns die gleich anschauen. Und werde diese Seite veröffentlichen. Okay, und dann, wenn wir hier dann auf der rechten Seite mal schauen, ein bisschen runter scrollen, sehen wir hier dieses Widget Split Test. Und wir können einfach auf Setup New Split Test klicken. Und dann öffnet sich dieses kleine Fenster und dann haben wir jetzt ein paar Varianten, entweder, oder ein paar Optionen zur Auswahl. Entweder Duplicate Master Page, das bedeutet, dass wir hier diese Seite sozusagen duplizieren. Wir können auch sagen, choose an existing page für die Variation. Oder wir können eine neue Seite erstellen, gegen die wir jetzt sozusagen die existierende Seite testen wollen. Genau, also was wir hier tun sollen, steht hier oben auch nochmal. Und ich möchte jetzt eine neue Seite erstellen. Genau, jetzt haben wir hier automatisch diesen Split Test erstellt. Und hier steht jetzt, hier stehen jetzt auch diese Optionen. Und zwar haben wir hier die wichtigen Begriffe Master und Variation. Genau, also hier steht Originalseite, Slash Originalseite ist also die richtige Seite, die wir angelegt haben. Und die Variation finden wir unter Original minus Seite minus 2. Und diese beiden Seiten werden jetzt gegeneinander getestet. Und zwar im Verhältnis 50 zu 50 Prozent. Das heißt, beide Seiten werden im Verlauf eines gewissen Zeitraumes gleichzeitig oder gleich oft angezeigt. Und ja, natürlich sind die Inhalte dieser beiden Seiten jetzt noch komplett identisch. Das heißt, wir haben hier die Originalseite und hier haben wir die Originalseite 2. Das heißt, ich würde hier den Inhalt natürlich von der Originalseite etwas anpassen. Beziehungsweise ich sehe gerade, hier ist gar kein Text übernommen worden. Das ist die Variation. Ja, das ist natürlich jetzt hier nicht ganz realistisch. Wir müssten hier natürlich schon vernünftigen Inhalt einfügen. Aber eigentlich funktioniert es ganz genau so, wie wir das jetzt hier getan haben. Und der Split-Test, der dürfte eigentlich schon laufen. Genau, er ist veröffentlicht und der Test-Status ist auf aktiv. Ja, das heißt, wir können es jetzt natürlich als Webmaster sozusagen nicht direkt testen. Wir könnten mal den Test nochmal aufrufen. Und ich könnte mal probieren, die Originalseite in einem neuen Incognito-Tab zu öffnen. Und jetzt habt ihr schon was gesehen. Ich wurde jetzt automatisch zu der Originalseite 2 weitergeleitet. Ja, und das ist ziemlich interessant. Ich möchte jetzt nochmal schauen, was passiert, wenn ich nochmal die Originalseite aufrufe. Dann lande ich auf der Originalseite. Und wenn ich sie nochmal aufrufe, lande ich auf der Originalseite 2. Also was momentan passiert ist, dass ich sozusagen immer einmal zu der anderen und einmal zu der Originalseite und einmal zu der anderen Seite weitergeleitet werde. So, das ist allerdings natürlich nicht ganz so praktisch. Denn, ja, wir möchten ja dafür sorgen, dass ein und derselbe Besucher immer auf derselben Variation landet. Und nicht irgendwie beide Seiten parallel oder abwechselnd zu sehen bekommt. Das würde völlig verwirrend sein, also vor allem, wenn es sich um die Startseite handelt. Deswegen können wir hier auf der rechten Seite noch eine Option aktivieren. Force users to view the same variation during a browsing session. Ja, das bedeutet, ein Nutzer bekommt so eine Art Session-ID zugeordnet. Und was auch immer er dann, oder wie auch immer er auf der Seite rumnavigiert, er würde immer dieselbe Variation zu Gesicht bekommen. Das möchte ich jetzt nochmal testen, indem ich jetzt hier nochmal diese Originalseite im Incognito-Fenster öffne. Und wenn ich die Seite jetzt nochmal aufrufe, beziehungsweise die Originalseite, werde ich immer wieder zur Originalseite 2 weitergeleitet. Das heißt, egal wie ich jetzt navigieren würde, selbst wenn das jetzt hier auf der Startseite wäre, würde ich immer wieder zu meiner Session-Variation weitergeleitet. Also das ist eine sehr, sehr coole Sache. Dieses Plugin ist natürlich insgesamt relativ rudimentär. Wir haben hier dann in Zukunft natürlich ein paar Statistiken zur Auswahl. Genau, aber da das ein kostenloses Plugin ist, ist das hier alles ein bisschen beschränkt. Wir haben jetzt hier wirklich keine großen Analysemöglichkeiten. Und ich glaube, es gibt noch eine Premium-Version, mit der wir mehr Tracking und statistische Informationen hier bekommen. Aber ich denke, für den Anfang ist das schon gar nicht schlecht. Damit kann man auf jeden Fall schon einige gute Experimente durchführen. Und so natürlich Stück für Stück die eigene Website verbessern. Und so natürlich Stück für Stück die eigene Website.